Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich hier in Vizel Studio und habe eventuell in einer gewissen Programmiersprache, die nicht C++ ist, ein Actor-Skript offen. Und zwar ein, ja ich habe hier ein Actor erstellt und zwar in C Sharp, wie man eventuell beim Dateierweiterung sehen kann. Und das krasse ist, das Ganze funktioniert auch noch. Ich habe hier mal beispielsweise eine Begin Play, welche Hello from C ausprinten soll, sage ich mal, und ebenfalls noch mal eine Funktion erstellt, welche ich dann im Blueprint quasi twiggern werde, welche eigentlich auch nichts weiter macht, als einen kleinen String herausgeben. Das ist das Unreal Engine Projekt hier. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie das geht. Und wenn wir das Ganze jetzt mal testen, das ist hier die Blueprint. Moment, wir können einfach hier eine neue Blueprint erstellen. Und wenn ich jetzt mal hier nach MySharpActor suche, das ist exakt das hier, MySharpActor, dann ist es eine ganz normale Blueprint mit einer Begin Play, welche ich im Scription definiert habe und eine Function, die ich ja soeben mir gesagt habe. Erstmal die Blueprint habe ich jetzt hier im Level, MyBlueprint irgendwo, ja hier. Und wenn ich das Spiel jetzt nur gestartet, dann wird hier ganz oben ganz kurz eine kleine Nachricht vom C ausgegeben, äh vom C Sharp. Und wenn ich hier mal eine Funktion darin tue, MyFunction, wird ebenfalls das Ganze herausgegeben. Und wie das nun gehen soll, das zeige ich gerne jetzt. Denn alles, was wir dafür brauchen, ist nämlich ein sehr, sehr nettes Plugin, welches UnrealSharp heißt. Theoretisch könnte man auch UnrealCLR verwenden, aber ich bin euch ehrlich, das Plugin UnrealCLR, das gefällt mir persönlich so gut wie gar nicht wirklich. Weil man davor erst irgendwelche Dinge einstellen muss und dies und das und man muss kompilen und, ach, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen aufwendig. Ich meine, es ist machbar, aber es ist ein bisschen aufwendiger als das hier, UnrealSharp. Ja, man erstellt regelrecht einfach nur ein Projekt, zieht das Plugin rein, compiled, fertig. Das war's. Man muss, man muss man nicht tun. Eigentlich, eigentlich muss man exakt dasselbe tun, wie jetzt, wenn man auch normal ein anderes Plugin von GitHub zum Beispiel herunterlädt und installiert und installieren möchte. Das ist eigentlich auch schon alles. Das ist die wunderbare GitHub-Seite, die heißt einfach nur UnrealSharp. Link ist in der Videobeschreibung. Dann kann man hier auf Code gehen und das Ganze dann als ZIP-Datei herunterladen. Wichtig ist dann auch noch, in der Unreal Engine ein neues Projekt zu erstellen. New Project, wichtig ist ein, ja, eigentlich komplett egal, First Person, Top Down, was auch immer, ist komplett egal. Wichtig ist halt wirklich, ZIP-Datei Plus muss mit dabei sein, sodass wir auch Dinge kompilieren können. Wo das Ganze hinkommt, ist komplett egal. Und Projektname C-Sharp. Okay, Sharp. Vittorio oder so. Okay, das neue Projekt hat sich nun eben geöffnet und eigentlich können wir es auch schon direkt schließen. Denn wichtig wird es nämlich sein, das Ganze erstmal von GitHub herunterzuladen und das dann irgendwo erstmal zu extrahieren. Also die heruntergeladene ZIP müssen wir dann erstmal extrahieren und das Ganze füge ich dann hier bei meinem Unreal Engine Projekt hinzu. Ich erstelle einfach einen neuen Ordner, den nenne ich Plugins und hier füge ich dann das Plugin erstmal ein. Wichtig wird es dann jetzt sein, dass wir das Plugin dann oder eher das Projekt dann erstmal rebuilden sozusagen. Also wir machen hier einen Rechtsklick bei der Option Generate Visual Studio Project. Das heißt, wir können jetzt nun C-Sharp öffnen. Also unser Projekt öffnen, unser normales Projekt. Ja, das können wir ignorieren. Einfach öffnen. Und wir werden sehen, erstmal, das ist ja der Name unseres Projektes und haben wir hier, das ist wirklich neu, Unreal Sharp Script Generator. Und hier haben wir unser Projekt. Einfach Rechtsklick unterstellen. Nachdem dann nun alles fertig ist, also wir sehen hier unten Builds, 12 erfolgreich, 0 Fehler, eigentlich sind die 0 Fehler am wichtigsten, was natürlich am allerbesten 0 Fehler, sonst hat es ja nicht funktioniert, logischerweise. Auf jeden Fall kommen wir dann danach hier wieder auf unser Sharp oder allgemein auf unser Projekt klicken und dann können wir F5 anklicken. Das ganze Projekt wird dann nun geladen. Über Visual Studio wird es dann jetzt geladen, offensichtlich, weil wir es ja hier debuggen, sozusagen. Und wenn das Ganze dann geladen ist, dann werden wir auch schon direkt die ersten Veränderungen im Editor feststellen. Und zwar hier oben haben wir eine neue Funktion. Force Recompile and Reload of C Sharp Code. Ja, und jetzt kommt der lustige Teil, den ich persönlich am Plugin leider, naja, sagen wir es ja mangelhaft finde. Man kann im Editor keine Scripts erstellen und das ist wirklich, das ist echt nicht cool. Also hier auf Add und da ist nichts. Dann hier oben auf Tools und da ist nichts. Allerdings ist es C++, aber das war davor auch schon da. Logischerweise, wir haben ja nur C Sharp hinzugefügt. Brauche ich nicht zu erklären. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie können wir jetzt über C Sharp programmieren? Ganz einfach. Wir schließen das Ganze wieder. Wir schließen Visual Studio und gehen nochmal in unser Projektverzeichnis. Denn hier gibt es einen neuen Ordner, der heißt Script. In diesem Script-Ordner befinden sich jetzt neue Dateien, die normalerweise nicht da wären. Die sind jetzt wegen dem Plugin und wegen dem Rebuild angekommen. Wurde er entstanden. Und hier haben wir ein Managed C Sharp Tutorial. SLN Projekt. Also eine Visual Studio Solution. Managed müsste eigentlich immer da stehen. Der Rest, der nach Managed kommt, also quasi dieser Teil hier, das ist der Name eures Projektes. Und das Ganze können wir jetzt nämlich öffnen. Denn das ist jetzt sozusagen unser Gate zum C Sharp. Und wir sehen nun auch, das ist kein C++ Projekt. Das ist wirklich ein C Sharp Projekt. Und hier haben wir, naja, nichts. Logischerweise, wir haben ja auch unter nichts erstellt. Okay. Das heißt, wir können das Ganze wieder ausklappen oder verschwinden lassen und können jetzt hier auf hinzufügen, neues Element. Und dann nehmen wir hier einfach eine Klasse und sagen einfach mySharpActor hinzufügen, natürlich .cs, ganz wichtig, hinzufügen. Und nun bekommen wir etwas Unspannendes. Also hier können wir, könnten die theoretisch programmieren, aber es fehlen einige Dinge, die wir jetzt zusätzlich hinzufügen dürfen. Entweder haben wir Script für Script, welches wir nun in C Sharp erstellen, immer die GitHub-Seite neben uns. Oder wir lernen den ganzen Bums einfach auswendig. Aber zuvor will ich nochmal ein paar Dinge erklären. Das hier, das hier oben, die Namespace. Das ist euer Projekt hier. Dann habt ihr hier eure richtige Klasse. Ganz wichtig, kann ich da auch nur die vorhin erwähnte GitHub-Seite sehr ans Herz legen. Denn hier finden wir halt so gut wie alles. Also hier ein Beispiel-Script und wie das Ganze halt allgemein verläuft, was wir tun können und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, wunderschön halt alles. Ach ja, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Das ist ganz schön blöd eigentlich. Ich verwende die Unreal Engine 5.4. Das geht natürlich auch mit der 5.3. Alles, was darunter liegt, also 5.2. 5.1 geht nicht. Es sei denn in älteren Versionen, aber müsste ich mal später nachgucken, ob es solche gibt. Jedenfalls, lasst uns das Ganze nochmal einrichten. Die ganzen hier oben, die Using Namespaces, die können wir alle löschen, weil wir sie nicht brauchen. Was wir nämlich brauchen, ist logischerweise, Using UnrealSharp.Attributes und Using UnrealSharp.Engine. Kommen wir nun zu dem, wo, was ich ja vorhin erklärt habe, das ist unser Projekt. Und das ist unsere Klasse. Und die Klasse müssen wir nun auch wirklich, ja, als Unreal Engine Klasse quasi definieren. Schreiben wir einfach U-Class. Und eingenommen, wir hätten jetzt hier die Attributes nicht mehr dabei, dann wäre die U-Class ein Fehler, wie wir gerade eben sehen. Dementsprechend sind die Users hier oben sehr, sehr wichtig. Okay. Und in unserer Klasse werden wir jetzt auch wirklich programmieren. Und zwar, ganz wichtig, um überhaupt zu sagen, dass wir hier einen Actor haben, wollen wir unsere Klasse vom Actor quasi erben, vererben, wie auch immer. Unsere Klasse erbt vom A-Actor, welches wir im Source Code in der Engine finden. Und hier geht es dann auch los. Was wichtig ist, wir brauchen eine Protected A-My, nein, MySharpActor, Protected MySharpActor, ganz wichtig. Die haben wir eigentlich echt in jedem Script und die ist halt wirklich wichtig quasi. Die ist die Funktion für die ganzen Settlamps und so weiter. Die ist halt echt eine Pflicht sozusagen. Und wirklich nicht vergessen, also den ganzen Teil, den ich hierhin schreibe, den könnt ihr halt echt ignorieren. Der basiert wirklich nur auf euer Script-Name. Ich habe mein Script MySharpActor genannt, also müsst ihr hier nicht MySharpActor hinschreiben, sondern halt der Name eures Scriptes. Und das A hier vorne, das müsst ihr immer übernehmen, weil es sich hierbei um einen Actor handelt. Wenn ich hier oben das A entferne, dann ist das Ganze nicht valide. Denn hier wird das Ganze nämlich schon, ja, quasi angegeben. Warum ist das falsch? MySharpActor erbt von dem A-Actor und weil es von A-Actor erbt, also muss es eigentlich auch den A-Prefix haben. Und wenn es das nicht hat, ist es ein Fehler. Also müssen wir ein A hinzufügen als Prefix und dann ist die Welt auch schön. Fügen wir jetzt mal eine BeginPlay hinzu. Basepunkt BeginPlay, da haben wir es schon, perfekt. Und dann sagen wir einfach, wir wollen ein String printen. Und zwar Hello from C-Sharp. Die Ikone nicht vergessen, sonst ist es falsch. Sehr schön. Und das Ganze können wir jetzt eben auch sozusagen integrieren, erstellen. Und nachdem hier ein erfolgreicher Ausgaben wurde, können wir unseren Explorer nochmal öffnen. Können so zu unserem Projekt und das Projekt direkt öffnen. Nachdem es nun geöffnet wurde, können wir auch direkt wieder in den Content Browser gehen. Blueprint Class und MySharpActor, da haben wir es auch schon. Select, erst mal in das Level hinzufügen, damit auch wirklich irgendwas passiert. Und dann wollen wir das Ganze mal testen, ob es nun funktioniert oder nicht. Ja, Hello from C-Sharp, es funktioniert. So, und wenn das schon funktioniert, können wir jetzt eigentlich schon mal einen weiteren Schritt. Ja, einen Schritt weitergehen. Ja gut, lassen wir irgendwie versuchen, jetzt mal richtige Variablen in das Spiel zu bringen. Und zwar nämlich, wir müssen wir irgendwie versuchen, erstmal eine U-Property. Dann Property Flags. Blueprint Read Only. Blueprint Read Only. Genau. Und nein, das ist es schon mal nicht. Es soll keine String sein. Nein, das macht nämlich keinen Sinn. Nämlich ein Use Detect Match Component. Den Namen einfach mal, keine Ahnung, Brady oder sowas. Genau. Dann sollte eigentlich unser... Wenn wir jetzt nochmal in die Hybrid Engine gehen und hier auf das wunderbare Recompile gehen, dann sollte eine Class Changed. Perfekt. Unser Actor sollte jetzt eine... Nö, eben nicht. Ist ja auch nicht schlecht. Um das Ganze jetzt auch wirklich als ein Root Component quasi zu definieren, sagen wir einfach, Default Component ist das nämlich U-Property. Die Default Component haben wir eben nicht. Nur das drinnen. Ich würde nur sagen, wir kopieren das Ganze mal. Wir machen jetzt daraus nämlich erstmal eine Int oder so. Int-Counter. Das löschen wir mal. U-Property stimmt. Er ist aber nicht. Und zwar nämlich... Wir machen jetzt mal eine Default Component. Ja, ist true. Dann Attached Component equal Name of Root Component. Perfekt. Das ist nämlich ein Getter und dementsprechend können wir einfach sagen Attached Component Name of Done. Ja, so wird das Ganze eigentlich funktionieren. Aber das ist eine Int, was wir hier gemacht haben. Das ist ja auch nicht schlecht, Mensch. Okay, das Ganze einfach mal ganz kurz umswitchen. So, wunderschöne Verwirrung. Perfekt. Also eine Int und dann eine Body Component. Eigentlich müsste das jetzt auch wirklich funktioniert haben. Erstmal hier erstellen und dann eine Class has changed. Machen wir hier nochmal. Building. Writing. Und dann haben wir hier... Oh ja, tatsächlich. Wir können jetzt auch hier eine neue Funktion erstellen. Und zwar U-Function müsste es eigentlich sein. Ja, perfekt. U-Function. Dann Function flag. Flags. Function flags. Lupin Caleb auf jeden Fall. Und zwar Void. Void Test. Void Test Sharp oder so. Und ähm... Ah ja genau. Kann nicht gehen. Gut. Müssen wir auch hier dann direkt machen. Einfach ganz leicht. Print String. Print String. Hello from... Hello from Sharp Function. Und dann Semikolon nicht vergessen. Immer Build. Muss eigentlich gehen. Ja, ein erfolgreich. Gehen nochmal zu Unreal. Dann ist das Test Sharp. Ey, wir hätten das Test Sharp genannt. Okay, cool. Compile. Und dann müsste es eigentlich nur funktionieren. Hatten wir das Ganze schon drin gehabt? Nein. Also jetzt. Genau. Hello from Sharp Function. Okay, was wir nun eigentlich auch machen können. Und zwar nämlich eine wichtige Funktion, die man allgemein so in Scripts halt benötigt. Und zwar nämlich eine weitere Art von New Functions ist es nämlich... Ich will das einen hier direkt holen mit. Und zwar nämlich Integer Void. Ne, das geht nicht. Integer. Get Sharp. Int zum Beispiel. Und die soll nämlich Return Counter zum Beispiel. Ja, perfekt. Return Counter. Das ist dann die hier. Und diese dann hat alles quasi... Ja. Diese Funktion soll diesen Integer hier oben wieder geben. Und die können wir hier oben auch setzen. Und zwar nämlich, wir können sagen Set5 oder so. Und jetzt nochmal zu Unreal rüber gesprungen. Building C Sharp Code. Öffnen wir das mal hier. Und dann können wir sagen Get. Get Sharp Int. Print String. Wir nehmen unsere Int. Und es müsste auch gehen. Ja, hier oben 5. Perfekt. Und natürlich können wir dann auch unseren Integer... Ähm... Ja, quasi verändern. Also hier Set... Set Counter zu 7. Ähm, ja. Das müsste eigentlich... Joa. Ich hoffe, das Video hat eigentlich viel über C Sharp in Harmony Engine zeigen können. Und hoffe, ich konnte auch weiterhelfen. Wer weiß. Vielleicht mache ich ja irgendwann so eine kleine Serie, wie ich zeige, wie man in Lyra das Ganze implementieren könnte. Naja, je nachdem. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.